G-O-N-D 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 Wir müssen nachbauen, seit ihr am Start? Ja! 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 Auf geht's wieder wieder, Alter! Geht's immer wieder! G村 Colton G-O-N-TV Folge 11 Wir sind hier in Icklingen bei Szyndzheim Bei den bösen Nachbarn Bei den, ja, bei den bösen Nachbarn Wir spielen hier heute mit Tequila Laubarm Unsere Secret Show, weil wir ja bei der Grunde leider nicht spielen konnten Weil unsereотивierette verletzt war Jetzt ist er wieder fit Und wir haben dann versprochen Endlich wieder mal Live und in Farbe aufzutreten Und dies bietet sich ja an, hier mal G-O-N-TV zu drehen Wer bist du? Ich bin der Pet von der heiligen Dämonen. Okay, du? Ich bin der Oliver von der bösen Nachbarn. Alles klar. Wie hat es euch hier heute herverschlagen? Wir sind eingeladen worden von der bösen Nachbarn und sind natürlich gekommen, wenn wir euch zu unterstützen. Und was erwartet ihr hier heute Abend? Party, einfach Party, geile Party, geiler Auftritt von euch natürlich. Ja, das ist natürlich schwer, aber wir geben alles. Wir erwarten hier eine fette Party. Wir haben euch eingeladen und hoffen, dass es hier richtig hoch ist. Alles klar. Dann an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank für die Einladung und jetzt schauen wir mal weiter. Timor, du kommst mit dir. Okay, wir gehen jetzt quasi in und rein in die heiligen Hallen der bösen Nachbarn. Machen wir mal ein bisschen Stimmung hier. Es ist hier der Getränkenraum. Hier gibt es Massen an Alkohol. Ja, Stimmung hier. Alkohol. Man kann sehen, wir haben noch immer angefangen und die Tschecheflasche ist quasi so leer. Terpentin haben wir natürlich auch mitgebracht. Muss dabei sein, wenn wir spielen. Willst du schlafen? 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 Also wenn jetzt mal kein Empfang ist hier. Komm, lass uns mal auch was über die G.O.I.D. erzählen, in der Küche, die ihr vielleicht schon gesehen habt. Es gibt jetzt endlich Kappen, Tickets. Ja? Ihr könnt euer Ticket für die G.O.I.D. sichern. Super für ein paar Zweiß-Timmer. Wir haben zwei, drei neue Produkte im Shop, die wir euch nicht freund halten wollten. Im Hintergrund, ich lege sie hier mal hin, unsere nagelneue Autofahne, die ihr euch hier mal direkt an die Karre ranhauen könnt. Also wie gesagt, wir haben drei neue Sachen am Start. Das ist zum einen die Fahne für die Karre. Hier oben haben wir sie auch nochmal hängen. Dann ist es das Plakat. Und was wir vorher natürlich vergessen haben, ist der Heckscheibenaufkleber. Steffen hat hier noch etwas ganz, ganz Wichtiges. Mal hier einen dicken Applaus für die bösen Nachbarn. Ja, das setzen wir uns natürlich mal mitten rein hier. So, wer bist denn du? Ich bin der Sven. Du bist der Sascha, oder? Ich kenne dich. Dich habe ich schon mal gesehen. Du? Hendrik. Hendrik. Was erwartet ihr euch von hier heute Abend? Böse Nachbarn, Tequila Lauerm? Wird einfach nur geil. Wird einfach nur Party. Und du? Ja, geile Ongelstlieder zum Mitmachen. Das ist schon geil. Also, ihr habt es gehört. Hier werden die Kühe noch ziemlich tief liegen heute. Der Steffen, der unterhält sich gerade mit dem Oberbürgermeister. Ich habe hier mal jetzt 20 Euro in den Raum geschmissen, damit hier jemand von den bösen Nachbarn noch eine Flasche Checky für die Band holen kann. Weil wir auch nicht checken. Jetzt können wir leider nicht aufbreden. Und die erste Flasche ist leider schon leer. Nur eine Flasche Checky. Ey, doch lieber, doch lieber. Hey. Können wir hier mal? Hallo? Ihr wollt hier ein Interview führen? Ey. Sag mal, das kann nicht sein hier. Das Klo ist zu. Okay, wer bist du? Also, ich bin der Salvo. Gitarrist mit Heiligen Dämonen. Hier sind lauter Heiligen Dämonen-Mitglieder hier. Das ist super. Okay. Und du bist hier, weil? Weil hier eine geile Party geht. Hey, halt, Micha. Micha, das ist unser neuer Schlagzeuger bei Tequila Lauwarm. Ich bin auf der Flugzeuge. Der Band-Opa. Man sagt auch Band-Opa. Mit 28. Ja, hier. Du bist Maus? Ja, ich bin Maus. Und du stehst auf Oralverkehr, hab ich gehört. Kein Kommentar, find's heraus. Wer nachher ficken will, ist in diesem Zimmer richtig aufgehoben. Ja, das ist unsere Geo-Indee-Spielwiese. Dann brechen wir gerade mal ab. Ja, und Timo, was wir überhaupt gar nicht vergessen dürfen, ist hier dieses Spanner an der Wand. Die bösen Nachbarn hier mal richtig fett am Start. Erstens mal hier ein dickes, dickes Dankeschön. Wir haben jetzt hier die zweite Flasche Jacky für die Band. Sehr gut, weil Alkohol ist wichtig. Können wir noch bitte ganz kurz darauf eingehen, dass wir uns vor dem Gig befinden. Also der Gig selber ist noch nicht vorbei, gell? Ja, aber vor dem Gig ist nach dem Gig. Seht ihn euch an. Seht ihn euch an. Ja, aber vor dem Gig. Hey, 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 hey Dankeschön! 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 Dankeschön!